sehr gut da kommt Leute steigt doch mal wieder auf hier wir müssen weizen wohl nix noch kommt tut mir das nicht an voll die beschissene Ökobilanz so wie noch so kleine Dinge vielleicht hilft es ja was hoffe ich mal ach wieso steigt ihr denn nicht auf nur wegen dem Smog wie kriege ich hier die Ökobilanz besser hin das Abreißen wäre keine Lösung ich habe einfach zu viel Produktionsbetriebe das ist echt mein Problem wir haben ne blöde Ökobilanz von 93 minus auf Glas könnte ich momentan sowieso verzichten so die Hauptmal in die Ökobilanz nicht rein den kann ich abreißen hat gar nix gebracht dann reise ich den noch weg so drei Stück da verabschiedet sich wieder die Framerate ach komm Leute wieso wollt ihr denn nicht aufsteigen das gibt's ja nicht mehr das ärgert mich jetzt voll das gibt's ja nicht Achtung Produktionsstillstand eine kurze Pause vielleicht dann sind sie wieder topfit ah zwei Stunden nö ich bin immer noch topfit so ist ja nicht da könnte ich mich nicht beklagen jetzt reiß ich alles weg was mir meine Ökobilanz versaut ach die Teile auch ist ja nett wusste ich gar nicht wir sind ja totale Killer muss still einem das Bedürfnis nach immer wenn was reduziere die Bevölkerungszuwachsdauer erhöht die Steuereinnahmen für alle ne stillt als Bedürfnis nach Informationen für alle Eko-Wohnhäuser im Einflussbereich reduziert den Verbrauch von Lifestyle Produkten reduziert den Verbrauch von Lifestyle Produkten aha die kann man für mehrere Dinger nutzen oder immer für eins von kenne man doch irgendwie einen Unterschied nö könnte ich eigentlich hier rüben mal machen so hier leben lauter glückliche Menschen und das ist dein Verdienst ja ja ich muss hier echt was gegenseitig werden meine beschissene Ökobilanz machen. Es gibt es doch nicht. Die müsste ich wegbringen. Geht aber nicht. Ich bin total übernetzt mit den Teilen. Also da kann ich gar keins mehr hinstellen. Dass ich hier da vielleicht noch da kriege ich wieder ein paar ein paar zurück. Perfekt. Habe ich jetzt neun geschafft. Ökologie. Danke. Äußere Einflüsse. Ich komme schön langsam aus dem gelben Bereich raus. Also ich bekomme es doch allmählich gebacken. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo ne Ecke wo es mir etwas bringt. So zum Beispiel. Aber jetzt ist gleich der Ofen aus. Jetzt muss ich hier nochmal die Bilanz gucken. Es geht ja. Äußere Einflüsse. Äußere Einflüsse. Äußere Einflüsse. Äußere Einflüsse. Na komm. Scheiß drauf hier. Wieso wollt ihr nicht aufsteigen? Energie sieht auch gut aus. Muss ich hier mit der Ökobilanz noch besser werden. Das ist ja zum Mäuse melken hier. Der Eintrag von Eco-Farm wird etwas reduziert dazu. Ich glaube ich muss hier hinkommen. Doof. So jetzt gucke ich nochmal kurz ob ich die Communicator hier zurückdrehen kann. Ach das sind auch so richtige Luftverpester. Weg mit euch. Scheiß drauf. Ich will meine Eco. Ich will meine Ökologie. Punkte. Hier leben lauter glückliche Menschen und das ist dein Verdienst. Jetzt mache ich hier einfach mal dicht. Vielleicht bringt es ja noch ein bisschen was. Hier genauso. So. 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 Hier leben lauter glückliche Menschen und das ist dein Verdienst. Es gibt es ja nicht. Aber was würden das liegen hier? Was hier keiner mehr vorankommen will. beschweren sich immer noch über Smog. Schalte ich wieder alles ein weil es nichts hilft. Ich brauche die Waren. muss ich denen erst wieder zeigen wie schlecht das sein kann. In den News sagen sie immer mehr Menschen wählen den grünen Weg. Hoffentlich stimmt das. Und jetzt kaputt. Geht mir der Tee aus. Tatsache. Mir geht der Tee aus. Der Tee geht mir aus. Das ist ja voll doof. Vielleicht habe ich es nicht mitbekommen und das wird schuld sein dass hier nichts mehr vorangeht hier. Äh. Wo baue ich dich wieder hin? Ach ich könnte hier. Aha. So. Drei Stück. Eins. Zwo. Drei. Eine Straße wie immer. Ich will hier die Mission heute fertig kriegen. Das geht ja mal voll nicht. So. Jetzt brauche ich gleich noch so eine Tee-Plantage. So. Auch nochmal drei Stück. Eins. Zwo. Drei. So. Seid ihr auch voll ausgelastet. Wir haben das Paradies auf Erden erschaffen mit deiner Hilfe. So. Euch geht es mit Getränken gut. Euch auch wieder. Leute. Aber jetzt bitte. Leute. Ja. Probier ich es halt. Vielleicht bringt es ja doch was. was. So. Es sinkt. Äh. Ja, dann steig halt auf. Das ist ja nicht so schwer. Ich will hier jetzt nicht noch ein paar Wohnhäuser reinklatschen. Das wird mir genauso wenig helfen. In den News sagen sie, immer mehr Menschen wählen den grünen Weg. Hoffentlich stimmt das. Ah, wo er ist aufgestiegen, auf einmal.